Ich finde es gut, dass ich demonstriere, aber so wie es vereinbart war, so wie es jetzt gerade läuft, überhaupt nicht, ich habe ja auch kein Verständnis dafür. Ich bin völlig fertig mit den Nerven, aber ich kann die Bauern verstehen. Ich finde nur, sie könnten ein kleines bisschen schneller fahren. Man muss dazu sagen, dass wir mit den Verantwortlichen in Verbindung stehen, wenn wir einen Einsatz haben, geben wir das durch an die und die kriegen eine Nachricht aufs Handy. Ich bin natürlich leidtragender, weil ich beruflich fahren muss, aber letztendlich die Aktion ist völlig in Ordnung. Wer braucht das? Das muss einfach jetzt was passieren. Ja, ich habe Verständnis dafür, weil ich finde, es wird alles auf die Kleine abgewälzt und es ist mir gut, wenn man einfach mal zeigt, dass es so nicht geht. Ich habe einen guten Arbeitgeber, ich kriege die Zeit bezahlt. Mir macht es nichts, wenn ich da eine Stunde länger brauche. Daher ist es okay. Es muss auch was gemacht werden. Die armen Bauern, das ist doch nicht normal.